Wir fahren jetzt zur Seelandbrug. Wir haben es geschafft zur Seelandbrug hinzukommen, ohne drüber zu fahren. Das war die Herausforderung, aber M-Starn hat es super gemeistert. Super. Ja, hier ist das Tauchparadies. Hier kann man im flachen Wasser Algen gucken. Ja, wir haben jetzt geparkt und jetzt geht es rein nach Zirkensee. Das Tauchparadies. Ja, wir sind jetzt hier in Ziriksee. Das ist wirklich ein sehr schönes, kleines Städtchen und auch ziemlich leer. Liegt wohl auch am Sonntag. Ja, wir sind jetzt mal eingekehrt. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Untertitelung des ZDF, 2020